ja und weiter hier ich hoffe los soll die leute stört das nicht so sehr dass wir hier ein bisschen springen sozusagen ich war das wird schon sinnvoll nein ich will sehen wir euch das ganze level läuft ich will wissen wo das wo ihr hinläuft und so können ja die guides von 100% guide den wir gucken verlinken das ist ja keine große sache einfach in die video beschreibung packen ich habe übrigens was neues angefangen die video beschreibung zu packen was eigentlich ja was mich irgendwie hat man es runtergefallen hat die tage auch untergefallen scheiße böser gasmasken affe na gut da riecht einfach wieder was war das denn hier ist wieder einer die wir zwar wieder ein bisschen leben aber was soll's müssen wir ja jetzt hier lang wieso läufst du dahin heute kann die richtung glauben der ist der wir gekommen sind deswegen da lass mich raten es ist ein flammhammer ja ja jetzt schon muss alle paar minuten was trinken damit dein geschmatz weg geht das liegt an der hitze eike das trocknet mich aus welche das ist so psychosomatisch eigentlich von wegen weil wenn das level heiß ist dann ist mir heiß deswegen habe ich auf den kamm des der eisigen seelen ganzheit dicke socken getragen nein das natürlich nicht man könnte echt froh sein dass das spiel hier in der map ist die mal angezeigt wird oben rechts das ja ja das ist dafür dass wir sind die chance etwas dass man sich hier verläuft das war ganz doof aber aua 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 tja müssen wir halten nächsten kampf halten bisschen aufpassen was jetzt passiert was schon hier den kampf ich habe beendet ach so ich dachte ich regeneriert und jetzt ein notsignal so und weiter das wäre ja bescheid sagen können nee das ist viel lustiger wenn ich dich für und du bist halt entfüßt auf kalten fuß ja das passt ja hier zu dem gebiet nicht war ja ha 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 muss längst 1 gestehen eike bezug auf der hier ja ich habe die gotteata gesehen jenri seikern und tanteди die die datare direkt mit heute GOTTEAT Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Genau, und jetzt muss ich jetzt, jetzt müssen wir jetzt hier in meiner Version quasi bis dorthin spielen, ja? Was? Jetzt müssen wir erstmal den Boss für mich bekämpfen. Da muss ich aber erstmal wieder dahin kommen. Nein, ich lade dich ja gleich wieder ein, mein Gott. Gut. Guck mal, wie erst mal die Erinnerungen an von der Kleinen... Sie ist so Anime. Du wirst sie mögen. Du wirst Emily mögen. Was ist denn hier bitteschön? Nicht Anime, Eike. Nein, sie ist Anime. Also, du wirst es sehen. Sie ist Anime, sie ist das konzentrierte Anime. Du wirst Emily mögen. Emily ist Anime. Also, ich bin so ein paar Jahre alt. Das ist die Verhandlung. Ich bin so ein paar Jahre alt. Spielfeld und ich bin so ein paar Jahre alt. Ich bin noch ein Spiel. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch nicht aufgeregt. Geh an, aber es ist noch ein bisschen. Ich bin noch nicht aufgeregt. Wir werden alle alles noch nicht hier sein. Wenn wir uns mit dem Essen rausgehen, mal wieder darauf hinaus. Ich will noch einmal auf, was ich jetzt gut? Ich hoffe, dass du dich da. Wie geht es dir, Emili? Ich bin schon gut. Ich habe es gut, weil ich bin so. Das war die ganze Zeit, aber es war ein weiteres Spiel. Ich habe keine Angst. Was ist das? Ich habe mich nicht so schnell, wenn ich mich nicht mehr schlafen. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe mich nicht mehr geblieben. Ich habe mich nicht mehr geblieben. Ich habe keine Ahnung. Ich werde immer, dass ich die Freiheit und die Freiheit. Ich werde alle zusammen. Ja, ich werde auch. Ich werde auch immer zusammen sein. Was ist das, was ich? Ich werde auch nicht beurteilen. Ich werde mich nicht beurteilen. Ich werde mich nicht sehen. Ich werde die Geist retten. Ich werde die Wäcke machen. Wir haben die beiden fortgelegt. Wenn man sich die Bewegung auf dem Weg verletzt, ... ... dann kann man die Anleitung einfach nur um mich zu nehmen. Ich werde sie am Emi-Li-Lin. Natürlich! Ich werde das nicht mit dem Emi-Li-Lin. Das war ein gutes Ergebnis. Für mich ist ein Sieg der Mann, die ich immer schon gesehen habe. Ich habe mir das eigenes Geist. Das war's für mich? Nein, das war's für mich. Nein, das war's für mich. Ich weiß, dass ich mich nur mit meinem Gehirn versuche. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich glaube, ich habe keine Zeit für mich. Das war's für mich. Ich werde das noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Geh mir nicht! Ich werde meinen Jäくも nicht! Ich werde nur die ganzen Jäくも nicht verletzen! Ich werde nur die Jäくも nicht verletzen! Ich werde nur die Jäくも nicht verletzen! Ich werde nicht mit der Jäくも nicht verletzen! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Schreie zu sagen, dass ich mich nicht verletzter. Vielen Dank, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde mich nicht verletzen. Ich hab mich nicht gesagt, dass ich mich nie geworfen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich hab auch eine große Worte, die ich nicht verletzen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Das war nur der einzige Hoffnung. Es ist ein guter Sample, der dir in die Klingel ist. Die Queen wird verletzt, und die Menschen werden noch mehr als die Zukunft des Geist. Ich bin schon noch ein weiteres Wettbewerb. Das war's für heute. Das war's für heute. Musik Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für dich. Emily... Ich gehe auf die Beweilung. Ich gehe auf die Beweilung. Diese Feuer... ... ist dein Herz. ...warte. ...warte. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist ein schnelles Kätzchen. Ich glaube es nicht. Das heißt, sie mag mich. Du hast den Team nicht für mich angemacht. Mach schnell an. Mach schnell an. Ja. Ich glaube es nicht. Ich habe die Nacht des Catgirls bekommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo steckt dieser Kassenschwanz drin? Geh da rein. Was ist runter? 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 Das ist, welche Zeit für dich bleiben. Es ist ein kurzer Wander. Ich bin auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall der Zeit der Zeit. Oh, das ist alles so gut. Waaah! Eins muss man sagen, die Ekos werden auch immer aufwendiger, ich weige. Waaah! Leise, wie würdiges Lächeln? Geh mal hin. Genau, so ist also seine Freundin zur Hüterin geworden. Nein! Waaah! 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 Das passiert doch noch früher. Geh hin. Du musst den ersten Schritt verkritten machen, Mann. Joach. Joach. Jaakumo-Nii-chan? Waaah! Das ist wirklich ein Jakumo! Ich bin wirklich gut! Ich bin wirklich gut! Du benutzt die ganz förmliche Anrede. Jaakumo-Nii-chan? Jaakumo-Nii-chan? Hat sie nicht Jakumo-Nii-chan gesagt? Jaakumo-Nii-chan? Jaakumo-Nii-chan. 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 Jaakumo-N-ii-chan. Jaakumo-Nii-chan ist immer wiederum. Jaakumo, okayo. Jaakumo-Nii-chan ist auch so eine große, Waaah-Nii-chan. Jaakumo-Nii-chan ist auch eine gute große Anrede. Jaakumo-Nii-chan looking, wir mussten uns by das Eleven von der Hüterbein. Daherr werden wir und die Zukunft noch nicht zu verdienen. Und, jaakumo-Nii-chan. 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 Du bist sehr stark, du bist. Aber ich bin sehr froh. Ich dachte, ich habe mir nicht gedacht. Ich bin wirklich froh. Ich sag ja. Du trug quasi am Magen. Ein Donut. Ein gefüllter Donut, Aike. Das hat uns Pokémon gelehrt. Ich bin sehr froh. Ich dachte, ich bin sehr froh. Es hat mir sehr gern gemacht. Ich bin sehr froh. Ich habe mich mit dir. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Oh, Mann! Wie krass ist das? Mit dem besten Lied. Das ist ihr Thema übrigens. Jeder Charakter hat doch so ein eigenes Thema hier. Sie ist die einzige Laugh- und Schwester im Spiel. Ist der Lanna da nur gut Bekannte? Ja, korre der Heika. Danke. Sag es. Ja, Jakmo. Ja, ich bin immer noch Jakmo. Oh, Mann! Gott, das zeigt's! Die Zeit war ein wenig knapp. Hätte es aber wenigstens noch mal sagen können. Okay. Dann ändern wir die Zeit und die Geschichte, D-Chan. Wie doch? Jedes... Wie das letzte Mal auch? Und los. Das ist torture! Das ist torture! Bis zum nächsten Mal. Abonniere heute.